Ich bin Jörn Gerstenberg. Ich berate und kuratiere das Kunstprojekt der Kunst von Gerechtigkeit und Friede. Menschen träumen davon, den Mond zu besiedeln. Wir wollen Kunst im Jobcenter zeigen. Wenn der Weg das Ziel ist, müssen die Bewegungen nicht perfekt sein. Aus Armut Kunst zu machen ist wie die Suche nach Gold im Badraum des Amtes. Der Moment, in dem sich Gerechtigkeit und Friede finden, ist ein Augenblick der Würde.